Denk dran, nicht vor die Fresse. Ja, ich weiß, ich hab TikToks gesehen. Danke. Ich hab TikToks gesehen. Morgen siehst du meinen TikTok, wie das Schiff bemannt wird und so und schießt, ja? Morgen siehst du meinen TikTok, ja, ja. Willst du meine Reichweite haben? Nie. Schwanz. Weißt du, die Burning Blade ist da und die Twitch-Coten steigen wieder auf. Vier Zuschauer, fünf Zuschauer. Hallo erstmal, meine lieben Chat. Weißt du, ich glaub, das Schiff fährt ans Rote Meer. Ich hab so ein richtiges Gefühl, dass es das wirklich tut, gerade. Nee, nee. Schau mal. Jetzt fährt man wirklich runter. Dauert noch. Ich will diese Schiffe. Zwölf Minuten später. 13 Minuten später. So später, dass der alte, dass ich den Erzähler keine Lust mehr hatte und gegangen ist. Hat das Boot einen Düsenantrieb drin oder was? Keine Ahnung. Ich sag, es ist Motor betrieben. Weißt du, das Ding dreht nicht mal. Weißt du, das Ding dreht nicht mal. Aber warte, wir haben jetzt besseren Wind. Weißt du, was uns jetzt in die Karten spielen müsste? Andere Spieler. Das nennt sich, das nennt sich Kraken. 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 Wenn das für uns heute kommt, gell? Hab ich heute alles gesehen. Nicht mal mit Wind holen wir das Ding auf. ぞürlich? Deja vu! Da 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 da. Da 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 da. Alter, was ist das für ein Schiff, meine- Weißt du, das ist den Kampf wert glaub ich. Bin ich dir sicher. Jetzt dreht's wieder. Oh, jetzt dreht's. Dreht grad wieder. Segel auf die andere Seite. Jetzt dreht, jetzt dreht's wieder weg. Die Skelette sind besoffen, ich glaube, die haben einen getrunken da oben. Nicht nur einen, glaube ich. Jetzt dreht es wieder. Oh Gott, die haben vier Segel. Oh, jetzt dreht es auf uns ein. Nee, es dreht wieder weg. Doch nicht. Bitte film das. Ich film das natürlich die ganze Zeit schon. Nochmals. Tschüss. Guck, wie die fahren. Ich glaube, die haben einen gelallert. Nicht nur einen, Alter. Okay, jetzt drehen sie ein. Äh, ja, jetzt kommt auch die Ankeresmusik. Nicht die Schnauze, nicht die Schnauze. Wir haben die Schnauze, voll in die Fresse. Nein. Haben wir nicht. Dreh wieder. Dreh wieder. Wir haben alles. Segelbüßel ein, bitte. Danke. Junge, was machen die? Nee. Mach einfach. Mach einfach. Zitze. Hör auf vorne zu stehen. Ich versuche die acht Kanonen da zu vermeiden. Wir werden jetzt volle Breitseite gleich abkriegen, Bullhoff. Die Idee kriegen die volle Breitseite ab. Geht. 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 Ich treffe ihn nicht. Geht. Ich habe irgendwas getroffen. Ich weiß nicht was. Und warum habt ihr keine Kanonen hier oben? Geht. 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 Ein bisschen randrehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Besser? Na, reicht nicht. Nee. Nee, das reicht nicht. Jetzt. Du bist so geil drauf, gell? Wir müssen sie ja aufhalten und reparieren, oder? So nach dem Buch, wie es ist. Wie tun wir uns drauf? Junge, ist das voll. Jetzt. Nee, nicht. Jetzt. Oh, äh, hast du nicht gesehen? Wir haben keine Löcher unten. Äh, du bist grad viel zu neuer. Das war ja so drauf, gar nichts. Wirst du fahren und du schießt? Bandbomben. 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 Bandbomben, die Bandbomben, die Bandbomben, das ist nicht. genau wir brauchen kundenlöcher jetzt viel tiefer viel tiefer ich schieße ganz da unten wir sind ganz hoch in der welle sterbe das sind so viele wir hatten aber kein einziges loch unten ich muss viel mehr essen mitnehmen wir sind gerade vorne ja ich muss jetzt aufpassen der captain ist gerade unten also wenn er jetzt hoch geht schießt er von vorne ne ja du darfst er darf nicht zum steuerrad ja ich habe ihn versucht aufzuhalten ich bin tot ich habe nichts mehr zu essen gehabt das waren 20 skelette da unten ich gleich wieder rüber ich muss noch mehr essen mitnehmen nimm dir gleich das ganze fleisch mit jetzt schießen die ach du scheiße jetzt sind die aktiv gucken ob sie wieder herdrehen also die sind nur lala glaube ich pass auf die schnauze lass mich allein ich komme auch noch mal ans bohr an bord bringt er gerade nichts die ist ja noch viel zu weit entfernt die schießen eine haben sie getroffen nur eine kugel weiter meins nehmen die mermaid ach du bist schon drauf ach du nicht schießt jetzt feuer wo sie scheiß mermaid die zirka rüber du hast dein loch ja ich muss erstmal auf bei uns wieder rein und dann rüber mich schießen die burning legion ist nämlich viel zu weit weg gerade also burning blade die legion in meinem world of warcraft oder was oh gott ich krieg die fesse ab miles ist rüber ich bleib hier hoho hoho nie wieder lasst brennen dann komm ich hier runter lass das feuer das hilft Das hilft zu reparieren. Laufen voll. Also wir haben gelernt, liebe Kinder. Wollt Essen mitnehmen. Hab ich vorhin gesagt, dass man Essen mitnehmen sollte. Aua. Wir schießen gerade nochmal ein Feuer auf uns. Geh hoch, ich mach das. Ich kümmere dich oben um den Kram. Oh Gott, wir sind wieder in der Fresse. Achtet nur darauf, dass wir nicht in die Fresse kommen. Siegel einfach. Ja. Grad schlecht. Ich bin dabei. Wir kriegen die Fassung. Oh, Oli. Ich mach die Löcher unten zu. Ich hab's ja nicht ganz dicht gemacht. Ich bin drauf. Ja. Ich kalt's so auf, dass sie reparieren. Jawoll, die laufen unten voll. Wir brauchen noch Löcher hier unten. Ja. Ich bin dabei. Aufhören. Es reicht erstmal. Ja. Warte mal was. Äh. Peter, komm schnell das Schiff reparieren. Oh, mach mal was. Oh, wir machen das jetzt gleich hier. Die laufen langsam. Hat's geleuchtet? Ich seh nix. Es macht ein Geräusch. Scheiße! Ich bin tot. Kannst du das mal anlaufen? Ich bin tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Da muss einer rüber von euch. die lauft fast voll komplett schon unten 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 guck ob die die löcher wieder dicht gemacht haben unten wir bleiben hier repariert haben soll ich mit rüber da wir müssen sie besiegen okay ich komme rüber also lassen sie mal anlaufen diese kommen darüber ich brauche nur einen anderen das muss die mehrheit sind mal schaffst du das allein mit dem schiff ja gleich da wo müssen wir jetzt hin zu kippen angehen das schiff leute gehen ja gut muss auch hier im punkt von den büchnern dann müssen wir das einsetzen sie skelett aber es besiegen burning blade muss besiegt werden bevor du abstimmen kannst heißt dass sie braucht ein paar löcher ich halte sie oben auf mal schießt noch mal geht das schiff unter oder brauchst du Hilfe okay es geht nix unter wir haben wenn ich habe hier gerade halt gerade den captain auf dabei wir sinken der ist tot der ist tot jetzt schiff das schiff abschillen nicht möglich burning blades ist vorbereitet okay gehst du wald schnell wir müssen jetzt geht's jetzt geht's malz muss rüberkommen zum abstimmen ich mag gerade hier wasser raus ganz ankerne miles wir verlieren unser schiff eh gleich ja das wird gescuddelt mach's so dass wir unser loot genommen holen können perfekt und dann geht die captains kajoute und stimme ab und die captains köte da vorne ist die ich malz hier vorne hier vorne hier vorne ich zeig's dir komm ja ich bin da ja schatz ich ja ja jetzt müssen wir unseren loot holen der da noch liegt holi shit wir müssen neue botschafter flagge jetzt holen ne ja dreh mal ein leckst du mich dem arsch leckst du mich am arsch machst du mal machst du mal segel hoch burning blade setz den namen von captain flammer kurz aufs skelettlager das wollen wir wahrscheinlich machen ne so holt ihr unseren loot ich setze ich mache segel hoch ja ich will überhaupt zurück um das ding zu kommen die botschafter flagge hat übertragen direkt der ist drauf ne ne doch wird ne neue gemacht anscheinend ja ist ne ist ne 1er jetzt ja ja dann jetzt wahrscheinlich dieses skelett lagern ne mhm wunderschöne schiff sag ich dir wenn man das auch so haben könnte ne wäre das toll ist leer anscheinend ich kann es nicht lagern guck mal ob die leer ist fast mal so rein ah ne warte warte unsere ressourcen sind hier drauf unsere ressourcen sind hier drauf unsere ressourcen sind da anscheinend sollten sie drauf sein hier sind nur 60 kugeln drinnen hier sind nur 60 kugeln drinnen kommen an den rest nicht mehr an ich bin dafür zu hoch da oben ja lass mal mit lass mal das ruder boot beladen und put in stuff aufs ruder boot und wir nehmen das ruder boot gleich wieder mit jetzt sieht's ja wir müssen verkaufen wir müssen den reaper hochkriegen und verkaufen geht ja wir müssen diese skelett lager jetzt machen ja du kannst aber auf der karte schon mal suchen du kannst auf der karte schon mal suchen mach ich mach ich eine zeit wo wir den stuff einsammeln ne unsere ressourcen sind alle da drin wir müssen irgendwie guck mal dass du die dass du die burning blade drehst damit wir es hoch hocken können mhm weil wir nix nutzen μο nix nutzen du hoch ach du machst lagerkiste schon okay dann soll ich also den restlichen ich glaube so schnell kriegt das schiff keiner weg ja wir machen das gerade schon mit einer kiste all gut oh mermaids sirenen komm mal her und fahr mal das ruderboot ran einfach kümmer mich um die sirenen und so einfach hat man die bünen blät so einfach hat man die bünen vielleicht genau zwei und zwanzig 23 20 minuten gebraucht ich habe ja aufnahme laufen lassen jetzt zieht anna gut recht noch mal die zeit weg in der was verfolgt haben ja gut und dann oder gutes dach ich gehe mal hier hier durchgeführte rituale 0 wir müssen als rituale durchführen ein spring kieper so einst das fern